Rem betrat unsere Welt für sie. Ich werde warten auf Schwester. Das Serien-Event geht weiter. Sie hat Hunger. Sie wird nach Essen suchen. Heißt das sie Jagd? Nichts fürchten Menschen mehr. Die ganze Zeit dachten wir, wir studieren sie. Sie hat uns studiert. Als das Unbekannte. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen die Menschen. Mysterious Mermaids in Spielfilmlänge. Nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. ProSieben.